So, herzlich willkommen zur Physik-Checker Online Academy! Yes! Und aktuell findest du dort drei Kurse. Also wenn du nach unten gehst, einmal für jeden komplett gratis. Kannst du auch gerne teilen an deine Kommilitonen, Freunde, alle, die sich Mediziner-Tests vorbereiten, für die Uni sich vorbereiten, für eine Prüfung sich vorbereiten, Physikklausur, für Physikpraktikum kannst du hier gerne den Link teilen, weil hier kann sich echt jeder anmelden. Das ist ein kostenloser Kurs, den ich für euch gedreht habe, ist mein Geschenk an euch. Und dann geht es natürlich weiter. Das ist jetzt nicht mehr gratis, das einmal Med-AT-Bootcamp, was hier dabei ist. Das ist quasi die Live-Aufzeichnung vom Med-AT-Bootcamp 2020. Und das wird erweitert, da kommen jetzt noch Altfragen rein von 2020, Altfragen 2019. Also das wird ein richtig fettes Ding. So und das dickste Ding, was mein Herzensprojekt ist, das ist der Physik-Checker-Online-Kurs. Und dieser Kurs, ja der ist riesig, um die 17 Stunden Videomaterial, ganz viele Skripte, Übungsaufgaben mit Lösungen. Kannst du dir auch gerne angucken. Wenn du mehr dazu wissen möchtest, kannst du hier draufklicken, also scrollst einmal nach unten, dann kannst du hier draufklicken und dann siehst du, wie das aufgebaut ist, welche Themen da dran kommen. Und wenn du auf Video klickst, siehst du, dass du nicht weiterkommst und dann steht da Erhältniszugriff. Und wenn du da draufklickst, dann kommst du auf eine Seite und da sind dann viele Erklärungen. Da siehst du das dann nochmal. Oder guckst hier unten im Text oder rechts im Text, je nachdem, wo du gerade das Video siehst, auf welchem Gerät. Kannst du dann auch nochmal draufklicken, da siehst du dann noch weitere Informationen zu den jeweiligen Kursen. Und die Physik-Coach-Online-Academy wird auch immer weiter ausgebaut. Wenn du da noch Fragen zu hast, dann siehst du oben Support oder schreibst einfach an info-at-physik-coach.de. Schau dich ein bisschen um. Ich freue mich auf dich. Ich bin Robert, dein Physik-Coach. Ciao.